Was am meisten Fake News verbreitet, ist Donald Trump. Da ist jede Statistik, die er hatte, zu seinen Gunsten frisiert worden, damit er nächstes Jahr 2020 wieder zum Präsident für die nächsten vier Jahre gewählt wird. Das ist der einzige Grund, warum er seine Statistiken frisiert. Dass er später besser geben kann, noch zu grösseren Mund haben, den Mund noch weiter aufreissen kann, damit er später wieder Präsident wird. Aber Demokraten sind auch schon bereit. Und die werden ihm wahrscheinlich jetzt ein paar Wähler wegnehmen. Und ich hoffe, es wird einen Demokraten gewinnen, so wie Barack Obama. Das war sehr gut. Das war eigentlich der, der die Wirtschaft in den Schwung gebracht hat. Und Donald Trump lässt es einfach weiterlaufen und hat nicht einmal so schlecht.